Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hallihallo, hier ist wieder der Michael. Und ich bin heute ein bisschen knapp dran. Ich habe noch nicht mal einen Tee hier. Und ihr wisst ja, ich muss immer Tee trinken. Aber das kriegen wir heute auch über die Runden. Das Thema Annehmen habe ich heute auf die Fahnen geschrieben. Und da will ich mal mit euch so ein bisschen drüber philosophieren. Weil das ist ja was, was man dauernd hört. Ja, wenn man ein Problem hat, muss man das erstmal annehmen. Wenn man sich selbst nicht mag, muss man sich erstmal annehmen. Wenn man Mangel hat, muss man den Mangel erstmal annehmen. Wenn man Single ist, keinen Partner findet, muss man das erstmal annehmen. Puh, ja, aber wie genau geht denn dieses Annehmen? Was ist dieses Annehmen? Wie kann man das überhaupt annehmen, was man eigentlich nicht mag? Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob ich das selber überhaupt richtig kann. Also ich, ja, ich weiß, dass es wichtig ist. Ich nutze es auch. Aber ich weiß, wie bei vielen Dingen, kann man immer nur von sich selber ausgehen und weiß natürlich nicht, wie es andere machen und was bei anderen da genau passiert. Weil man so Dinge oft schwer in Worte fassen kann. Und ich finde dieses Beispiel von Martin Weiß ganz gut, einer meiner Kongressexperten. Der hat ja immer gesagt, wenn du etwas annehmen willst, dann ist das wie so, wie du ein Eis auch annimmst. Also, dass du dir wirklich so ein Bild machst. Du nimmst jetzt etwas und nimmst es zu dir. Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und wenn man sich das visualisieren kann, wunderbar. Denn so kann man Dinge tatsächlich annehmen. Ich glaube aber, was manchmal wichtig ist, dass es tatsächlich noch eine Stufe weiter geht. Denn es geht primär nicht um dieses Annehmen als solches, sondern es geht ja letztendlich darum, den Widerstand aufzugeben. Und ich kann auch ein Eis annehmen, wenn ich es eigentlich gar nicht mag und denke mir also, gut, jetzt nehme ich es mal an und dann ist es gleich wieder vorbei. So Augen zu und durch. Doch, das hängt natürlich auch da wieder davon ab, wie nimmt jemand so ein Eis oder eben einen negativen Zustand oder ein negatives Gefühl oder ein was es immer halt auch ist. Wie nimmt jemand das an? Und ja, es geht eben nicht um dieses Augen zu und durch und mal schauen, wie es möglichst schnell vorüber geht. Sondern es geht wirklich aus diesem Widerstand rauszukommen. Also wenn du mit irgendwas an dir unzufrieden bist, mit einer Situation, weil du Single bist, weil du arbeitslos bist, weil du zu wenig Geld hast, weil du dich zurückziehst, weil du unsicher bist, weil du nicht auf andere Menschen zugehst oder was immer es ist. Dass du jetzt erstmal aus dem Widerstand rauskommst. Ich wollte jetzt nicht wieder dieses Wort Annehmen verwenden, sondern aus dem Widerstand rauskommst. Weil das hat sehr viel zu tun mit diesem Grundgesetz zu sagen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das verstärkt sich. Und wenn ich die Aufmerksamkeit auf den Widerstand richte, dann wird der Widerstand und damit die Sache sehr, sehr groß. Und das ist das, was hier ein bisschen gemeint ist mit Annehmen. Annehmen soll jetzt ja auch nicht so stark sein, dass du deine volle Aufmerksamkeit drauf richtest, sondern dass du es einfach hinnimmst, so ist es. Und das, glaube ich, ist auch das, was, ja, also wie gesagt, ich finde diese Eis-Idee gut, aber ich glaube, sie ist nicht für jeden passend. Vielleicht ist es eher so wie beim Wetter. Ja, es gibt manchmal grauenvolles Wetter und es drückt auf die Stimmung. Aber das ist genau der Punkt, wenn du es wahrnimmst und wenn du darauf achtest, dann drückt es auf die Stimmung. Wenn du das Wetter einfach ignorierst, also es ist halt, wie es ist, du nimmst es an, du gehst aber auch nicht in Widerstand, dann beeinflusst es sich nicht. Und so ist es vielleicht ein Stück weit vergleichbar, dass du sagst, okay, so ein negatives Gefühl, so ein negativer Zustand ist wie das Wetter. Es ist, wie es ist, du kannst es im Moment eh nicht ändern. Der Unterschied zum Wetter ist, dass du danach, wenn du es mal angenommen hast, daran arbeiten kannst, wie du es verbessern kannst. Aber eben dann ohne den Widerstand, weil dieser Widerstand eben immer dafür sorgt, dass es stärker wird, dass es mehr Macht über dich nimmt, dass es der Täter ist und du dich als das Opfer führst. Und das ist ja genau das, was überhaupt nicht passieren darf, was aber im Alltag so oft passiert, dieses Thema Opferrolle. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir gehen gerne in diese Opferrolle und sagen, ja, das Wetter ist schuld oder eben dieses Gefühl, diese Situation ist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Und deswegen wird nichts besser so ungefähr. Da musst du unbedingt rausgehen, indem du es als erstes Mal annimmst. Ja, und nochmal, ich glaube nicht, dass man es so gut in Worte fassen kann, was dann tatsächlich in einem drin passiert. Zumindest kann es ich nicht und ich beschäftige mich ja viel damit, so innere Prozesse auch in Worte zu fassen. Aber das ist, ja, unsere Sprache ist begrenzt und generalisiert. Und beim anderen kommt es eben vielleicht anders an, als man es sagt. Das kennt ihr aus vielen anderen Bereichen. Und ich meine, es ist genauso. Ich bin ja auch Künstler und wenn man über ein Bild spricht, wenn man ein Kunstwerk wirklich besprechen will, dann ist es immer das Problem, dass die Sprache nicht ausreicht dafür. Würde sie ausreichen, bräuchte man vielleicht auch nicht malen, denn dann könnte man alles, was in einem Bild ist, auch beschreiben. Aber das geht eben nicht, deswegen muss man ja malen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und so ähnlich ist es mit dem, was in dir drin passiert, was mit deinen Gefühlen passiert, was mit deinen Gedanken passiert. Wir können nicht alles davon in Worte fassen. Das geht uns ja selber schon so. Also wir denken ja nur vermeintlich in Worten. Tatsächlich denken wir in Bildern, in Emotionen, in solchen Dingen. Und die Worte sind das, wie wir es dann selbst für uns auch übersetzen. Und erst recht natürlich, wenn wir mit anderen darüber sprechen. Also das ist natürlich insgesamt ein wesentlich komplexeres Thema, als wir es in Worte fassen können. Aber ich hoffe, dieses Bild mit dem Wetter kann dir ein Stück weit aufzeigen, wie das so ist mit dem Annehmen und mit dem Aus dem Widerstand rauskommen. In diesem Sinne, die Zeit ist schon wieder rum. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich habe noch gar nicht rausgeschaut, wie das Wetter ist. So klein sind meine Augen noch. Ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich pünktlich aufgestanden. Aber irgendwie habe ich heute ein bisschen langsam gemacht. Und bin nicht ganz fertig geworden im Bad. Und musste gerade noch schauen, dass ich so einigermaßen hier präsentabel sitze. Also, mach es gut. Bis morgen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Michael